Hallo, ich möchte euch hier zeigen, wie ich mache, ein paar lustige Gesichter aus solcher Lebkuchen und mit so ein paar Fruchtgummen. Hier habe ich ein bisschen Haribo, geschmolzete Kleber aus Haribo. So habe ich Haribo geschmolzete mit ein bisschen Wasser, damit das gut kleben kann. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ich mache. Und zwar werden wir, ich habe nur vorbereitet, mit solchen Haribo Kleber, werden wir die Haare kleben. Das sehen aus, diese Haribo, schaut euch an. Einfach so tun. Wir werden gleich hart und auch hier in den Mund machen. Wir werden ein paar Minuten schon hart. Jetzt werden wir die Augen kleben. Träbe und ich höre sogar zwei Rosinen als Auge das ist ein lachender Mund das sind sozusagen die blonde Haare so sieht aus und solche Schnüre sehr lustig für die Kinder und das ist eine andere Variante da werden wir auch wieder die Haare sozusagen kleben dann werden wir auch diese einfach und dann werden wir auch natürlich und dann das ist ganz kurz so festhalten damit er sich damit er sich ganz kurz so festhalten damit er sich ganz kurz so festhalten mit so einer Dekoschrift kann man auch hier schnell punkten, Augen machen, mit so etwas habe ich jetzt auch diese Nase, so lustig sehen die aus, und jetzt werde ich die einfach dekorieren, für Kindergeburtstag oder einfach für Kinder zu Hause ist das sehr schön, da werden wir die dekorieren als Blumchen mit Kokos, streuseln damit die Kokosglocken, und dann mit solchen bunten Zuckerbonbons, und jetzt schaut euch an, ist fertig diese lustige Ideen, für die Kinder zum Geburtstag oder auch Spaß, damit das kleine Kinderfreunde haben, ich hoffe mein Film hat euch gut gefallen, und ich wünsche euch viel Spaß, tschüss bis zum nächsten Mal, ihr 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 Vielen Dank.